Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich habe verstanden, aber wer hat Ihnen meine Nummer gegeben? 20 Namen, ganz frisch, Erfolg garantiert, nur für dich Danke Deins Leben! Ich habe verstanden, Signora, wenn unser Techniker, das kann ich verstehen, aber wenn, du kannst mich mal am Arsch lecken, du blöde Kuh, so eine Scheiße, leck mich doch! Ist sie auch Telefonistin? Ja, von der Nachmittagsschicht Gewerkschafter für prekäre Beschäftigung, Giorgio Comforti, freut mich Papa, was machst du da? Merkt ihr nicht, dass er es ist, der uns die ganze Zeit verarscht? Wieso lässt du dir hier nicht noch etwas korrigieren? Ein klitzeklein wenig, ich denke drüber nach Wie alt sind sie? 24, Signora, warum? Dann kennen Sie vielleicht meine Enkelin Julia Ah, ja, Julia, was macht Julia denn heute so? Sie ist leider gestorben Martha von der Vormittagsschicht Und wie bist du da gelandet? Ich habe Arbeit gesucht und nur das gefunden Sie ist anders, sie hat studiert, heil Ja! So eine Scheiße Eine neue Welt, ein Traum, ein schöner Traum Es ist mein nur Du siehst so müde aus Tschau, Martha! Wieso rennst du nur so, Martha?